Also wenn man wirklich merkt, okay, man kann aus seiner Rolle als Wissenschaftlerin, Wissenschaftler da im Anführungszeichen richtigen Leben, echten Veränderungen schaffen und so. Weil gesellschaftlich relevante Forschung wirklich dann am besten funktioniert, wenn sie von Anfang an gemeinsam mit Praxisakteuren durchgeführt wird. Hallo zusammen und willkommen zu unserer letzten Episode der Videoserie Upgrade Your Science mit Transdisziplinarität. Upgrade Your Science. Ja, wir konnten an den Projekten von Indravan, Pega, Moritz und den anderen sehen, Transdisziplinarität ermöglicht es, Wissenschaft anders zu gestalten und die eigene Forschung mit Personen aus der Praxis gemeinsam zu entwickeln und der Gesellschaft damit ganz viel zurückzugeben. Bleibt zum Schluss noch zu klären, wie sollten Forschende vorgehen, wenn sie, vielleicht wie ihr, diesen Weg gehen wollen? Welche Fragen stellen sie sich und wie geht das eigentlich mit einer wissenschaftlichen Karriere zusammen? Wir haben dafür mit dem Politikwissenschaftler Antonios gesprochen. Er hat uns erzählt, warum es derzeit nicht immer einfach ist, sich für transdisziplinäre Projekte zu engagieren. Und wir treffen Melanie, die Referentin bei der Berlin University Alliance ist. Sie kann uns erklären, wie die Berliner Universitäten im Verbund an der Zukunft der Forschung arbeiten und dafür auch transdisziplinäre Ansätze etablieren. Ich verstehe mich jetzt auch mal so als, vor allen Dingen in meiner Rolle als Postdoc mit Dauerbefristungen und mit einer sehr unsicheren Karriereperspektive, wo alle Postdocs, glaube ich, und das ist unabhängig von der Fächergruppe, müssen sehr genau überlegen, wenn sie morgens aufstehen, in was stecke ich Zeit rein, in was honoriert am Ende auch das System. Das ist halt so die Wahrheit letzten Endes und es gibt eben in den allermeisten Fächern, denke ich, einen relativ starken Fokus auf die klassische Forschung, Grundlagenforschung und die eben erbracht werden muss, um letztlich eine Zukunft in der Karriere an der Universität zu haben, in dieser universitären Forschung. Und ich glaube, wenn ich mir so eine Sache wünschen würde, wäre, dass solche transdisziplinären Vorhaben, die ja manchmal vielleicht auch anders ausgehen können, also das ist ja natürlich auch ein relativ hohes Risiko, also so ein bisschen so dieses klassische Wer fragt, kriegt Antworten. Also wenn ich ins Feld gehe, dann muss ich auch damit leben, dass meine Theorie vielleicht nicht so richtig hinhaut. Das kostet aber im Zweifel auch wieder Zeit. Und ich glaube, was ich mir wünschen würde, wäre aus meiner Postdoc-Perspektive, dass solche Versuche und solche Forschungsvorhaben, wenn die von Postdocs auch entwickelt werden und forciert werden, dass die auch stärker in dieser Karrierelogik honoriert werden würden. So und ich habe das Gefühl, dass das halt für viele eben halt auch einfach noch dieses, die vielleicht auch so ein bisschen zurückhält, noch stärker in diese Sache reinzugehen, weil sie macht Spaß auch, sie bringt was für einen selber, gesellschaftlichen Impact. Also wir hatten eine Empfehlung von uns aus einem Policy Briefworte tatsächlich mal übernommen und das war natürlich auch ein tolles, also ein toller Moment einfach auch. Also wenn man wirklich merkt, okay, man kann aus seiner Rolle als Wissenschaftlerin, da im Anführungszeichen, richtigen Leben, echt eine Veränderung schaffen und so. Aber das ist einfach sehr, sehr anstrengend, diese Forschung zu machen und alles, was so dann in diesen gesellschaftlichen Raum geht, was eben außerhalb dieser Fachartikel steht, das ist irgendwie so dieses On Top. Und ich glaube, so wird es vielleicht auch in dieser Karrierelogik weiterhin wahrgenommen. Wobei ich das Gefühl habe, dass ich da gerade viel verschiebe, weil ich glaube, die jetzt auch die Postdocs, die ich hier kennengelernt habe, die aus den Sozialwissenschaften sind, schon zum einen irgendwie den Anspruch an sich selbst haben, eben nicht nur in diesen kleineren akademischen Zirkeln Forschung zu verbreiten, sondern eben Forschung auch gegenüber gesellschaftlichen Akteuren und auch gegenüber, sagen wir mal, der breiten Öffentlichkeit, wie auch immer man das dann sieht und letztlich definiert, eben verfügbar zu machen. Das TD Lab ist das Labor für transdisziplinäre Forschung der Berlin University Alliance. Wir sind die Anlaufstelle für die Forschenden, die mit gesellschaftlichen Akteuren zusammen forschen oder forschen wollen, also auch es mal ausprobieren wollen. Also was Antonius erzählt hat, erzählen uns viele WissenschaftlerInnen, dass es schwierig ist, transdisziplinäre Forschung in den normalen Arbeitsalltag von WissenschaftlerInnen zu integrieren. Wir sehen aber auch gleichzeitig, nichts motiviert WissenschaftlerInnen so sehr, wie wenn sie sehen, dass ihre Forschung gesellschaftliche Relevanz entwickelt. Das sehen wir nicht nur bei den Kontakten, die wir jetzt direkt aufgebaut haben, sondern das zeigen auch Studien, dass das wirklich auch oft einander sich bestärkt. Also diejenigen, die sehr viel gesellschaftlichen Transfer zum Beispiel leisten, oft auf diejenigen sind, die wissenschaftlich sehr aktiv sind. Also das kann sich auch gegenseitig befruchten. Was wir aber auch wissen, ist, dass transdisziplinäre und partizipative Forschung sehr voraussetzungsvoll ist. Also es ist nicht leicht, mit gesellschaftlichen Akteuren zusammenzuarbeiten. Das sind zum Beispiel unterschiedliche Arbeitsstile, die integriert werden müssen, unterschiedliches Wissen, verschiedene Perspektiven. Und man braucht eine andere Sprache als die seiner Fachdisziplin. Und genau dafür bietet die Berlin University Alliance Unterstützungsangebote an. Da haben wir gelernt und gesehen, es braucht zum einen die Befähigung von WissenschaftlerInnen, das wirklich auszuüben, von denen, die motiviert sind natürlich. Und wir brauchen auch einen Rahmen, der das den Forschenden auch ermöglicht und das eben auch honoriert. Und deshalb gibt es auch bei der Berlin University Alliance Funding-Programme, die darauf abzielen, transdisziplinäre Forschung explizit zu stärken. Wir bieten Webinare und Seminare als Weiterbildung oder als Einstieg, auch in verschiedene Formate des transdisziplinären Arbeitens, wie Citizen Science oder Reallabor-Forschung. Und daneben beraten wir auch ganz konkret, wenn es darum geht, Förderanträge zu schreiben. Wir bieten Netzwerkveranstaltungen, wo man auf Praxisakteure trifft, die zum eigenen Forschungsbereich passen. Und wir haben ein Funding-Programm, wo man sich bewerben kann, wenn man transdisziplinäre oder partizipative Arbeitspakete in seine bisherige Forschung integrieren möchte. So, wir sind am Ende unserer Reihe von Upgrade Your Science mit Transdisziplinarität. Haben wir euer Interesse geweckt oder sogar Ideen für zukünftige transdisziplinäre Projekte gegeben? Dann könnt ihr euch jederzeit an das TD Lab, das Labor für transdisziplinäre und partizipative Forschung, wenden. Ihr findet die Links zu den Angeboten des TD Lab und den Neuigkeiten der Berlin University Alliance unter dem Video. Vielen Dank an alle Teilnehmenden, die mit uns über ihre Projekte und Visionen gesprochen haben und viel Erfolg weiterhin damit, Wissenschaft und Gesellschaft zu verändern. Wir brauchen mehr von euch. Macht's gut und tschüss.